Oh mein Gott, das ist ne Höhle, ja, ne neue Höhle, ganz eindeutig ne neue Höhle, Kraut gefunden, yeah, oh, fuck you, hallo Ritter, friss Schlüssel, friss nen Angriff, what? Ah, 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 fuck you, fuck you, fuck you, Emma, nicht sterben, nicht sterben, oh Gott, gut, wo geht's lang, es geht hier links lang, oder es geht dahinter, oh Gott, so viele Weggabelungen, ich kann mich nicht entscheiden, Kraut, äh, what the hell seid ihr? Magi, ist klar, das ist sowas von klar, yo, Blast, Blast, boah, boah, oh mein Gott, oh mein Gott, Blast, einfach mal so bla, wenn's sonst nichts ist, Oh, ne Schatztruhe Nice HT HT, 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 HT Oh, ne Ritter Bombsbo, los Juhu, nicht sterben So, wem können wir das Nice HT denn ausrüsten? Das war schlecht Ja, das macht Sinn Leder, nein, HT Äh, das ist ein scheiß Helm, der bringt dir gar nichts Dir vielleicht Lady Lady Lady, 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 Lady Ne, das ist mir nicht wert Nicht noch mehr Magi runter für dich Lalalala Und wir Stirb Genau Schlag mir voll ins Gesicht Es tut mir leid, wenn ich dieses Kämpfe vorspule, aber es ist immer genau derselbe Kampf, den ihr sehen würdet Und das will ich euch ersparen What the hell? Armee Blob Hier müssen wir auch so eine Armee blob Gut, tun uns den Schlüssel Du heilst Kannst du irgendwie die Gruppe heilen? Kannst nicht die Gruppe heilen? Äh, heil Bo Und du greifst an Heilung auf Bo Ha, ich wusste es Fuck you Mega heat Okay Ich frage mich gerade, warum Nehmen diese Oh, leck mich doch Nehmen die Gegner auf einmal so bedrohliche Dimensionen ein Das will mir nicht gefallen Und hier geht's runter Lalalala Wir erkunden Was? Äh, gleich drei Jawohl Dann gehst du dahin Du knüppelst mit dem Erdenschlüssel drauf Und du knüppelst auf alle Wow Wow Ja, das macht Sinn Vollidiot Äh, die nehmen nicht wirklich Schaden Die nehmen nicht wirklich Schaden Hab ich gesagt Oh, ne Runde Autobattle Brennt Oh mein Gott Oh mein Gott Was haben die eigentlich alle gegen meinen M.A. Das ist doch so ein netter Kerl Der lebt immer Oh, leck mich doch Stirb Stirb So, was haben wir hier noch Eine Schatztruhe Feuerstein Perfekt Items, die wir nutzen können Sind immer gut Autobattle Lalalala Du bist tot Zack Und wir rennen weiter Töten, 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 töten Töten Ich drehe gerade wieder voll ab hier Und da geht's runter Und hier geht's rum Das ist wieder so eine riesig geniale geografische Einordnung von mir Wow Ein Magus Magus Stirb Stirb schnell Blast Alter Blast du dich selber oder so Ich weiß nicht Kraut Kraut Voll Noch ein Magus Du bist tot Und ich weiß gerade nicht was passiert ist Wir leben noch Wir leben alle noch Das ist schön Hoch 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 Mal sehen Wir können links lang Wir können rechts lang Ich geh rechts lang Und find eine weitere Truhe Träne gefunden Ganz ehrlich Ich find die ganze Zeit Äh Eine Schnecke Tod Die ganze Zeit dieses Itemgedöns Wovon ich 30, 40 habe Äh Zwei Schnecken Das wird viel bedrohlicher Tod So Und dieses Itemgedöns Was soll ich damit Ich mein Wie oft Haben wir Tränen gebraucht Weil sie so tödlich Böse Zombie Status Dings Bums Machen Zweimal Das Beide Male heute Und ich weiß nicht Och Wieso Schnecken Bleib weg Insektenplage Ich mein So bedrohlich Ist dieser Zombie Status Jetzt auch nicht Nein Ich will nicht tiefer Ich will erst die Treppe nach oben haben Die ist dann hier Genau So Hoch Hier sind zwei Schatztruhen Apfel Was bringt mir ein Apfel Untersuch mir den Apfel Gib verlorenen KP zurück Bronze Helm Bo Bo Könnte den noch ausrüsten Falls Bo den nicht schon hat Das ist genau derselbe wie das oder was Aber das ist genau derselbe wie der Ja Der war nicht gut Gut Wir gehen weiter Wir gehen hier runter Und wir gehen hier lang Und wir feiern Party 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 Hard Party Hard Ich dreh voll ab Das ist nicht gut Es geht hier runter Und Hier können wir das Wasser benutzen Natürlich Das macht Sinn Äh Wasserkrug Hier kannst du es nicht benutzen Was Ja Bo Eilt nach Romero Zack 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 Katzen Wo Verteilt das Wasser Oh Natürlich Leute Das Zauberwasser hat die Hat die einen Fluch gebannt oder so Okay Typ Nutzte diese Tafel um Agua zu betreten What the hell Trank 900 Gold Kraut Serum Und die Tafel Danke Krieger Nutze die Nutze diese Tafel um Agua zu betreten Okay Okay Da ist die alte Frau Hallo alte Frau Hallo Ich würde dir gerne etwas geben Das ist der Wasserkrug Hey den haben wir schon längst Du Pflaume Ah wir gehen uns in Und Hallo Jawohl Wir pennen eine Nacht Und raus hier Leute Unser Ziel steht fest Es heißt Agua Lala Ich möchte einmal speichern Gesichert Viel Glück Dumdi dumdi dum Auf nach Agua Wir wollen nach Agua Agua Und ich weiß dass Bo vorne bleiben muss Ja So Hier wäre Agua Leute Soll ich euch was sagen Wir gehen heute nicht rein Also Wir gehen hier hin Aber das war es dann auch Hier Machen wir beim nächsten Mal weiter Ich bin der Mero Das war Breath of Fire Für Die nächsten paar Tage Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin